Hallo Leute, schön, dass ihr meinen Channel eingeschaltet habt. Heute ist Tag 2, der Plan nach Moradimia, Rücken, Schulter, Trizeps. Los geht's. Also bei den antagonistischen Supersätzen, da machst du beide Übungen im Wechsel ohne Pause. Es ist aber darauf zu achten, dass du die Übung trotz Schmerzen nicht schneller ausführst. Also bleib einfach sauber und lass das Brennen einfach zu. die Übung mit den Unter Chefsуд�ten Bei den Reduktionssätzen nimmst du ein Gewicht, mit dem du so gerade eben 8 Wiederholungen schaffst. Daraufhin reduzierst du das Gewicht und quetschst nochmal 8 Wiederholungen raus und dann das gleiche Verfahren nochmal. Das war's für heute. 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 Falls euch das Video gefallen hat, einfach Daumen hoch, abonniert meinen Channel und hier kommt ihr zu meinem nächsten Video.